Text-Effekt Neonlichter Sie wollten sicher schon mal Ihren Namen in Neonlichtern leuchten sehen. In der farbenfrohen Leuchttapfelwelt von Las Vegas wird dies vielleicht nie passieren, aber mit GIMP ist es ganz leicht möglich. Dieses Video erläutert Ihnen die dazu nötige Vorgehensweise. Legen Sie zunächst mit Datei neu eine neue Datei an. Im Beispiel ist die Datei 500 Pixel breit und 200 Pixel hoch, doch Sie können eine beliebige Größe festlegen. Klicken Sie anschließend auf Erweiterte Einstellungen, um in den detaillierteren Einstellungen die Füllung auf die Option Vordergrundfarbe umzustellen. Dies bewirkt, dass die als Vordergrundfarbe eingestellte Farbe schwarz zur Hintergrundfarbe der neuen Ebene wird. Wählen Sie nun das Textsymbol aus und erhöhen Sie den Wert der Schriftgröße. In diesem Beispiel reicht der Wert 90 völlig aus. Nachdem Sie die Schriftfarbe auf Weiß umgestellt haben und die Ausrichtung mittig eingestellt haben, können Sie schon mal Ihr Textfeld aufziehen und Ihren Wunschtext verfassen. Wählen Sie danach die Befehlsfolge Ebene, Ebene auf Bildgröße. Selektieren Sie nun das Pinselwerkzeug und stellen Sie die Pinselspitze hart ein. Bei der Pinselgröße darf der Wert jener Schriftart variieren. In diesem Fall genügen sieben Pixel. Führen Sie das Werkzeug jetzt die Buchstabenkonturen entlang. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie auch immer die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Buchstaben zeichnen. Mit Filter Weichzeichnen Gausscher Weichzeichner wenden Sie den gleichnamigen Filter an. Erhöhen Sie die Werte neben Horizontal und Vertikal auf 15 Pixel und klicken Sie danach auf OK. Selektieren Sie jetzt Farben und im Aufklappmenü die Auswahl Kurven. Ändern Sie die Einstellungen neben Kanal auf Alpha um und schieben Sie die beiden Punkte Richtung Mitte, ohne die Höhe zu verändern. Selektieren Sie danach die Befehlsfolge Filter, Alpha als Logo, Alpha Neon. Klicken Sie auf die Schriftfläche neben Leuchtfarbe und ändern Sie die Farbe je nach Wunsch. Korrigieren Sie den Wert neben Streifenzahl auf 1 und bestätigen Sie die Änderungen mit einem Klick auf OK. Die Neonlichter wären somit schon mal erstellt. Den Leuchteffekt können Sie stärken, indem Sie die zweite Ebene in der Palette, sprich die Neonebene, mehrfach duplizieren. Für ein leichtes Hintergrund leuchten, wählen Sie die unterste Neonebene aus und fügen mit der Befehlsfolge Filter, Weichzeichnen, Gausscher Weichzeichner, den gleichnamigen Filter an. Erhöhen Sie diesmal den Wert auf 35. Geschafft, nun haben Sie Ihren Text in Neonlichtern.